Na, das funktioniert natürlich auch. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so spektakulär wie das andere, was ich mir gehofft hatte. Wo bin ich denn jetzt hier? Da war ich angeblich mal. Das mache ich kaputt. Das mache ich kaputt. Das mache ich kaputt. Meta Knight! Was macht Meta Knight hier? Geh zurück nach Kirby. Geh zu Kirby zurück. Der mag dich. Geh weg! Das war Meta Knight. Auf jeden Fall war das Meta Knight. Oh. Ich weiß ja nicht, aber ich würde ja mal glatt behaupten, it's a trap. Dementsprechend hole ich mir die erstmal. Und stürze mich dann jetzt in die Höhle des Löwen. Ab geht's. Oh nein! Wer hätte solch schrecklichen Ausgang nur erwarten können? Was ist... What the fuck? Der fängt meine Missiles? Sonst bist du noch ganz knusper, oder? Au! Sonst ist der echt noch ganz knusper. Was soll denn das? Aber er verliert schon seine glühende Farbe. Ja, du wärst Kupfer. Hier. Du, du, du. Miss Ding. Aber was fällt dir eigentlich ein? Und ich stelle mich super an. Was fällt mir eigentlich gerade ein? Kannst du jetzt einfach mal verrecken? Nippel ab! Du bist auch nur ein normales Statuenviech. Guck dich an und deine Farbe. Die sagt doch schon. Gewöhnlich. Jetzt bist du tot. Lass dir das mal eine Lehre sein. Energie, 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 Energie. Danke. 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 Erledigt. Uh. Okay. Scheint, als sei ich richtig gegangen. Und ich vermute jetzt einfach mal. Dass ich jetzt da rein will? Nee. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich will da rein. Also, zuerst alles checken, 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 checken. Gut machen. Und da rein. Yes. Danke. Und ab. Und dann. So. Ich kann es. Ich kann es so langsam. Wir haben gesehen, was hier passiert. Also, äh, der Gegner, der hier, welcher Gegner auch immer hier auf mich lauert, macht jetzt erstmal so ein bisschen einen auf Bowser. Und feuert den Gegner auf. Ach, die kann ich screw attacken. Na, das macht die Sache ja nochmal einfacher. So. Und dann. Ihr seht wieder wahnsinnig traurig aus. Da hoch. Wow. 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 Wat? 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 Powerbombs. Jam. Ups. Stirb. Wow, 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 wow. Okay. Komm mal klar. Das ist der Weg zurück dahin. Soweit habe ich das jetzt schon mapmäßig verstanden. Dann gehen wir doch erstmal hier oben noch weiter. Hier rein. Gucken mal, was hier noch ist. Wow. Unfair. Und groß. Ich habe das Gefühl, ich will hier gleich mit einem Speedboost durch. Das ist aber nur so ein Gefühl. Nein, will ich gar nicht. Okay. Wow. Pinball-Kugeln des Todes. Wenn nichts hilft, helfen Powerbomben. Das habe ich inzwischen. Was? Was? Ich habe das Gefühl, das Ganze geht mal in die Richtung. Ich bin misstrauisch. Ich bin absolut misstrauisch. Auch wenn das diesen Raum hier elendig in die Länge zieht. Okay. Das war also der richtige Weg. Kann ich die Screwtech? Ja. Screwtech. Bam. Powerbombs. So. Da rein. Und dann. Das kommt doch keiner an. Ah. Es wird heiß. Ach. Kann ich die nicht töten? Ich kann die echt nur einfrieren? Okay. Das merken wir uns dann schon mal. Ich nehme hier mehr Schaden als wirklich nötig. Das muss ich ja schon mal sagen. No. Scheiß Gegner. Klappe. 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 Mehr davon. Du auch. So. So. Hier hoch. Ich gehe das Ganze gerade wahnsinnig ängstlich an. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin nun mal ängstlich. Zumindest was dieses Spiel angeht. Ich werde doch ein wenig Respekt. Äh. Powerbombs? Ja. Oho. I found a secret. A secret. A secret. Ach so. Das ist quasi ein ganz wichtiges Secret. Aber irgendwas muss es hier geben. Wo bist du? Geheimnis. Wo bist du? Okay. Kein Geheimnis für mich. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen weiter in diesen Gang. Und finden... Ernsthaftes Spiel. Schon wieder steigende Lava. Ich muss halt ganz ehrlich sagen. Ich empfinde das so langsam als ein wenig ausgelutscht. So. So. Und jetzt sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen beeilen, denn da ist gar nicht die Lava. Geschafft, 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 geschafft. Steigende Lava wird halt irgendwann langweilig. Einmal testen. Als hätte ich es geahnt. Was ist das hier? Okay. Die halten vielleicht ein bisschen viel aus. Muss man ja schon mal so sagen. Was ist hier? Es sind so viele Wege. Speicherpunkt. So. Da hoch. Nach genauer Überlegung ist mir nämlich aufgefallen, dass ich vielleicht doch erstmal den normalen Weg checken sollte. Den da. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es irgendwo mal eine Stelle gab, wo ich hinter die konnte. Felsen. Ha! Ausgewichen. Wow. Wo war das? Oder bilde ich mir das echt nur ein? Ich glaube, ich bilde mir das echt nur ein. Hä? Von da... Oh Gott. Komme ich da echt auf keinen Fall hin? Nö. Mensch. Ein Glück, dass ich hier war. Für... Aua. Verzieh dich, Stein. Was ist das da? Das sieht doch alles so verdächtig aus. Das ist nichts. Das ist... Hier. Das sah aus wie Ridley. Ich habe dieses Rätsel gelüftet. Tata. So. Also. Halt gleich, wenn wir da mal ankommen. Wieder dann zurück. Komm, lass mich da jetzt hoch. So. Hier nämlich. Das da. Das sind die Zähne. Das grüne ist das Auge. Dann dachte ich mir, hey, da kannst du rein. Du konntest irgendwo hinter diese scheiß Viecher. Und das musste dann einfach hier sein. Es ging nicht anders. Es ging einfach nicht. Ich... Okay. Jetzt gehen wir weiter runter. Speichern wir. Wir speichern. Das hat sich ja mal wer beschwert. Ey, Emi. Ich kriege immer voll die Angst, wenn ich dir zugucke, weil du nicht speicherst. Und genau dir tue ich jetzt den Gefallen und speichern. Mehrfach. In einer Aufnahme. Geil. So. Ich gehe hier runter. Gehen. Was? Powerbombs. Wenn nichts hilft halt wieder. So. Normale Bomben. Gucken wir uns erst mal um. Ja, das dachte ich mir nämlich schon fast. Da. Ich bin so ein Genie.